Einbruchskriminalität ist ein Thema, das jeden und jede zu jeder Zeit betreffen kann. Auch wenn die Zahlen der Delikte in ganz Niedersachsen nach Maßnahmen der Sicherheitsbehörden und der Justiz zurückgehen, in der Region Hannover bleiben die Einbruchszahlen hoch. Die Justizministerin des Landes Niedersachsen zu begrüßen, Barbara Habelitzer. Schönen Tag. Guten Tag. Wie groß ist das Problem von Einbruchsdelikten in Niedersachsen aus Sicht der Justiz? Das ist ein großes Problem, ein so großes Problem, dass es eins unserer Schwerpunktthemen im vergangenen Jahr schon war und auch in diesem Jahr weiter so sein wird, weil Einbruchskriminalität eben ein Thema ist, was auch weite Teile in der Bevölkerung natürlich betrifft, nämlich immer die, die dann von Einbrüchen auch getroffen werden. Wir wollen da später noch drauf kommen, auf die Opfer. Es gibt ja sozusagen Unterschiede zwischen Einbruchskriminalität im Land und auch in den Ballungsräumen. Wie kann man das beschreiben? Das kann man so beschreiben, dass häufig in den Ballungsräumen die Einbruchskriminalität prozentual höher ist als in den ländlichen Bezirken. Das ist klar, die Häuser stehen enger zusammen, die Wohnungen liegen enger beieinander, sodass Einbruchskriminalität da natürlich auch zügiger, schneller vonstatten gehen kann. Im Übrigen muss man natürlich auch immer daran denken, dass Städte und Ballungsräume häufig anonymer sind als die ländlichen Bereiche, wo die Nachbarschaft häufig noch anders funktioniert. Wie gerüstet sind eigentlich, wir wollen ja auf die Justiz blicken, wie gerüstet sind die Staatsanwaltschaften in Niedersachsen bei diesem Thema? Wir sind da gut aufgestellt. Wir haben natürlich auf die steigenden Einbruchszahlen der letzten Jahre dann auch reagiert, haben zusätzliche Stellen bei den Staatsanwaltschaften geschaffen, haben bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft geschaffen und bei den Staatsanwaltschaften in Braunschweig und Zelle Schwerpunktdezernate, sodass da dann auch wirklich spezialisierte Staatsanwälte die Dinge bearbeiten und die Phänomene vielleicht auch als Spurengleichheit, Spurenvergleichbarkeit und dann auf Banden oder so kommen können, auch rechtzeitig erkennen können. Sie haben es schon angerissen, also die Qualifikation, die so ein Staatsanwalt haben muss, ist das eine spezielle Ausbildung? Aber was müssen die speziell mitbringen, die Staatsanwälte, für das Thema Einbruchskriminalität? Also eine spezielle Ausbildung im klassischen Sinne ist das nicht, sondern das sind dann Staatsanwälte, die sich mit dem Phänomen Einbruch besonders beschäftigen und die natürlich, das Handwerk haben sie ja nun mal gelernt, sich dann mit speziellen Tätertypen bzw. speziellen Spurenlagen gemeinsam mit der Polizei auseinandersetzen und dann entsprechend entdecken und auch aufdecken und ermitteln, ob es sich zum Beispiel um Einzeltäter handelt, ob es sich um Banden handelt, ob die Banden zum Beispiel auch Ortswechsel vornehmen, also sozusagen durchs Land marodieren. Das erkennt man natürlich bei konzentrierten und spezialisierten Dezernaten besser, als wenn jede Staatsanwaltschaft jedes einzelne Delikt wieder in unterschiedlichen Dezernaten getrennt bearbeitet. Man muss sich das mal vorstellen, da ist jemand eingebrochen bei einer Person, die Opfer, die spielen da eine ganz besondere Rolle und auch eine ganz besonders schützenswerte Rolle. Jemand hat mein komplettes Intimstes durchwühlt, Sie haben es eben schon gesagt, da wurden Spuren gesichert, also es kommt erst der Einbruch, dann kommt natürlich die Spurensicherung. Was passiert mit den Opfern? Wie geht es Opfern? Das ist also ein Riesenproblem und das ist auch etwas, worauf man immer wieder ganz konzentriert den Blick lenken muss. Es ist ja nun mal so, dass häufig, gerade auch in Nachverfahren, in den Ermittlungsverfahren der Fokus auf den Tätern liegt oder auf der Täterermittlung liegt und die Opfer schnell so ein bisschen aus dem Blick geraten. Einbruch in das Nest sozusagen, in die geschützten Räume eines Menschen lösen immer heftige Reaktionen aus, sehr unterschiedlicher Natur. Das kann aber hingehen bis wirklich so eine Art Trauma, dass Menschen sich in ihren eigenen geschützten Räumen nicht mehr wohlfühlen, Angst haben, dass das wieder vorkommt, ihre Intimsphäre gestört sehen, verständlicherweise, wenn alles durchwühlt worden ist. Da muss man drauf reagieren. Das tun wir auch. Wir sind da in Niedersachsen sogar führend, weil wir unter anderem die Stiftung Opferhilfe haben. Die gibt es schon seit 2001. Das ist eine Institution, die auch ein Alleinstellungsmerkmal in der Bundesrepublik hat. Und diese Stiftung Opferhilfe hat elf Opferhilfebüros im Land verteilt und diese Opferhilfe, die reagiert, also auch ganz unbürokratisch, sehr prompt, an die kann man sich sofort wenden. Man kann das mit einem Klick im Netz finden, wo das nächste Büro ist oder wen man anrufen kann. Die unbürokratischste Hilfe ist erstmal die Spontanhilfe nach dem Motto, wir helfen dir dabei ein neues Schloss in deine Wohnungstür zu bekommen. Wir treten auch in Vorlage, was die Kosten angeht und solche Dinge. Und das geht dann weiterhin bis zu einer psychosozialen Prozessbegleitung, wenn die Opfer sich, häufig sind es ja auch ältere Menschen, das alleine nicht mehr bewältigen können. Ein spannendes, dichtes Thema. Ich freue mich, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Barbara Havelitzer, die Justizministerin des Landes Niedersachsen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Herzlichen Dank für's Zuschauen.